Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Ich grüße euch, wir sind nochmal hier in Solzheim und beim Kolb Jörn Hügelgrab. Da habe ich nämlich was vergessen. Wir müssen nämlich hier einmal rein. Das habe ich nämlich letztens erst im Haus Hierarchen gesehen. Und gleich hier am Anfang liegt ein toter Bergmann und hier ist ein Totenschädel. Den können wir nämlich mitnehmen und das ist der Totenschädel. Ja, für unseren Sockel, den wir ganz vergessen haben und den ich auch wirklich, wirklich vergessen habe. Ich zeige es euch bloß mal ganz schnell. Okay, fein in der Nähe. Wir machen alles sehr platt und dann gehen wir da hin. So, im Henra-Hein jetzt angekommen. Das habe ich ausgewählt für meine Gänzen. Ja, können wir jetzt hier den Totenschädel platzieren. Schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Frau Moment. Bis zum nächsten Mal.